Wenn ich jetzt nach hinten gehe, ich kann das niemals so reden, wie dreckig, wie die reden. Manchmal Sachen. Ich brauche kein Deutsch zu lernen. In diesem Alter brauche ich nicht mehr. Schaff mal, was Kurt Hübo geschafft hat. Schaffst du mal von mir nur ein bisschen so viel, dann ich respektiere dich. Mehr nicht. Ich habe heute Arroganter gesagt. Hör auf zu beleidigen. Weil einer, der ein Wort sagt, zu beleidigen sofort. Wie geht es dir? Wie sieht es aus, in den Namen? Ich versuche, die Menschen etwas Schönes zu ballern. Dass sie sich mal wach werden. Was zu ballern? Ich erzähle über heiraten, über die Menschen, über die Vergangenheit von früher. Aber, Wallah, sag ich ehrlich? Ich sage dir jetzt eines, Hör mir mal. Und hör mir gut zu, tamam? Du bist die größte Maskara auf der Erde. Ich glaub nicht, du bist dieg. Ready? Du bist dieg. 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 die ist die einzige die hier drin mir nicht geschadet hat egal wann ich angerufen habe egal was passiert ist aber wenn jetzt ein wort mir sagt das blüht mich nicht wenn es 100 sagen was ich wenn die angemacht habe ich habe sogar meine leute geschickt soll ich sagen kaputt ich hab meine leute gehören als ich das gefühl hatte diese noch nie ich habe ihr Glück ich habe ihn mit 18 Jahren aber ich habe diese Liebe mit 18 Jahren ausgeschlossen ich habe ihn mit 18 Jahren ausgesprochen ich habe ihn aber das gar nicht ich habe ihn mit 18 Jahren ausgeschlossen Ja, guck mal, ich respektiere Menschen, aber ich liebe nicht. Liebe ist bei mir tot, diese Gefühle gibt es nicht. Denn in den Elenden gibt es ein bisschen, dass du hier bist. Aber da glaube ich nicht. Mit diesem Alter, ich bin jetzt 28, niemals. Ja, nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass dieses Alter noch Liebe rauskommt. Hier, ich habe die Liebe Hamza gegeben. Hamza. Nein, nein, alles gut. Aber Yunus war gestern ziemlich stark, gell? 2, 8 und 2. Yunus war mega stark gestern. Ja, aber gestern war, du warst nicht mehr da. Gestern, was wir erlebt haben. Ich habe keine Knobel, ich habe nichts da. Und danach, ich sage zu Ilyas, Wallah, Bruder, du musst für mich da sein heute. Dann haben wir, haben wir geschafft, dass, ey, Jasser Abouchaka denkt, der ist auch der König von TikTok. Er ist nur am Räten, am Bäckern. Warum hast du ihn verstanden? Das ist nicht wichtig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wieso? Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Nur, wie ist das? Nein. 5 Stück. heute abend was wir mit dem machen war da hat er sich richtig seinen film er sagt es ist geil was sind heute abend wieder abend was immer die gleiche amma ozaten öyle arrogant ee ja undanak derdiges GUF tan debaralle guftan döb 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 ich will agree inkov hülttw ee tamam da yollas gönnen du leut naunma was ya jaya aynen ozaten tam bi hayvan bazen anja aber her hat nix of seine hans ne ne öyle içi temizgoktoktok temizgoktoktemizgaamma biraz böyle şey ee a jemi acemi Glaub mir, einer schreibt gerade arrogant nur Geld. Nein, Bruder, dieser Junge verdient auch mal, dass er auch mal ein bisschen lacht, weil er ist nur mit Gewalt, die ganze Zeit, ich habe es in seinem Live gesehen, er ist nur am beleidigen. Er ist die ganze Zeit an den Kommentaren, er beleidigt hier seine Mutter. Ich meine, Arroganter, hör auf dann. Ja, aber Yasser hat ihm auch gesagt, Yasser hebt Jodo, Yasser hebt Jodo, Arroganter, hör auf und so hebt sie, Jodo, oder? Das tut ihm weh, wenn einer hier, er kann das nicht ertragen. Ja, danke schön. Oh, Kamera ist jeder, drei Rosen, drei Rosen, Leute. Drei Juno. Ach, ach. Ansonsten, alles gut bei dir? Ja, alles gut, Yvonne, alles gut. Hey, die Schweizer sagen alles. Nein, nicht der Typ. Einer aus der Schweiz, die haben mit mir einen Film gemacht, aber die haben eins vergessen. Die haben vergessen, zu Hause haben die sich Rechnung gemacht, aber die haben nicht gerechnet auf der Straße, die Rechnung ist anders. Einen, einen. Ja, und guck mal, wie schnell ich den runter gemacht habe. Geht genug um Kürtibo. Wenn ich Kürtibo sag, du bist das, du bist das. Vorbei. Weil Kürtibo sagt, komm mit Respekt rein, ich geb dir alles. Ich mach meine Tür auf. Ah, gut, danke schön. Ja, ja. Die haben mich angerufen, die sagen zu mir, Yibo, wir geben dir Geld und so, alles, mach das nicht und so. Ich sag so, nein. Du hast eine linke Tür gespielt, dich kann man nicht mehr. Wenn du link kommst, dann kriegst du auch Abfuhr. Keine Chance, dann rief du wieder. Wallah, ich sag ehrlich, der Hamza muss sich mal ein bisschen bewegen, weil der Hamza kommt null auf TikTok. Ist das der Rotkopf? Ja, 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 der passt auch, guck mal, er sagt ehrlich, der passt auch auf TikTok sehr gut. Die Leute lieben ihn auch. Aber, äh, aber seit er geheiratet hat, er hat sich zurück ein bisschen gezogen. Ich weiß nicht, was er macht, ich glaub, er trainiert oder so, aber er muss sich wieder kümmern, wie früher. Wallah, vielen, egal wo ich gegangen bin, jeder fragte, was macht Hamza. Oder, die haben, die lieben ihn auch. Ja. Ja, also gut, Hamza ist auch korrekt, Wallah, ich bin ein Mensch da, aber Hamza macht eine Show Show. Ja, hör mal, sie haben einen eigenen Hand rum, sie haben einen Hand. Sie haben einen Hand. Aber das ist auch ein Hand. Ich kann nicht alles tun, das. Ja, warum bist du, wer?